Mein Name ist Julian Schmid. Ich mache Tsushitsu. Das ist ein japanischer Kampfsportal. Es ist altkampfmässig. Das heisst, wir können schlafen, werfen und der Kampf geht dann am Boden weiter. Im Tsushitsu bekommt man Punkte, wenn man die Gegner entweder am Körper oder am Kopf trifft, wenn man ihn auf den Rücken oder auf den Bauch wirft oder wenn man ihn am Boden abhebelt, abwirkt oder festhebt. Das bedeutet das Tsushitsu sehr viel, weil es einfach sehr vielfältig ist. Es beinhaltet einen Teil des Karate, Judo, dem Brasilien Tsushitsu. Also alles Training, das ich besuche und trainiere. Es macht auch Spass, ich habe verschiedene Arten von Kampfsport gesehen. Und ja, ich prügele einfach gerne.